Musik Hallo, ich bin hier am Kalei mit dem Weltdorf. Aber was ist eigentlich das Weltdorf? Kannst du uns erklären, was gerade hier deine Station ist? Hier sind Trachten aus aller Welt. Man sieht hier von verschiedenen Ländern verschiedenste Trachten. Es sind zum Beispiel hier afrikanische Gewände, die Frauen und Männer tragen. Musik Es hat eine Station gegeben, da darf man zuerst von vier Symbolen akkordisieren. Und da muss man immer in Teams dorthin rennen, also alleine. Und muss eine Karte von dem Symbol holen. Und wenn man fünf hat, dann holt. Okay, und hat es euch bis jetzt gefallen? Ja, super. Habt ihr irgendeine Lieblingsstation? Ja, oder irgendwas, was euch gefällt. Das ist ein bisschen, ja. Danke schön. Welche Stationen habt ihr bis jetzt alle schon hier mit? Also wir haben jetzt die Workshops-Irung gebracht jetzt bei der zweiten Station. Bei der ersten Station waren wir einfach bei den freien Workshops und da waren wir bei den Spielen. Das war super. Wir haben mit den Steinen rumspielt. Es war ein schöner Vormittag mit interessanten Einblicken in die verschiedenen Kulturen dieser Welt. Es war ein schöner Vormittag mit interessanten Einblicken in die verschiedenen Kulturen dieser Welt. Und das war es immerhin wie die Kulturen dieser Welt.